es sind weil ich um im Haar weil er erstens ein Krieger ist dieser kleine Tourette Spackow ich bin ja ich hab's gehört dass ein Krieger ist ich bin auch über hier er und hat hier ich weiß ich bin wohl hier gerade eine Treppe runter ja ich bin da hinten schon rüber also würde ich mal sagen ich brauche mich jetzt hier mal lang und ich würde sagen ich mach dieses scheiß Wasser da weg na so nein weißt du was ich stelle jetzt erstmal eine Truhe hin achso warte mal ich werfe dir mal einen Wassereimer runter achso warte wo ist der vor dir ah ich hab einen Trunkfeder und Diamanten gesehen aha da geh ich jetzt erstmal hin hä tefft nein nein was machst du verdammt du hast dich gerade nach unten gebaut oder nein es hat geruckelt und bin ich runter bin ich runter gefallen und in die lava geschwommen oh du jod was ich komm aber alter ne die Musik hat grad so episch gepasst dort ist aber nix sehr sehr wichtiges dabei oder außer 45 Eisen nicht da 45 Eisen die finden wir in der Schuft schnell wieder die sind nicht so schlimm aber sonst hatte ich nö sonst hatte ich nichts mit ich hab extra alles zuhause ausgepackt blau ne so ich baue uns hier grad so ne Treppe runter das ist auch schlau denn dann kommt man auf jeden Fall immer wieder hoch ich wusste nämlich dass mir das passiert aber ich weiß zumindestens wo der Diamant ist ich wusste auch dass es dir passiert weil du immer stirbst nee das war aber das war aber ehrlich weil es Prozent bei grad aber trotzdem gestürzt trotzdem immer er hat meistens schon wo ich kann man das freundlich gut ich komme noch mal her das sind würde ich mal sagen wenn wir alle Diamanten finden tag ich die lieber ich wollte ja ein Traum genau auch wir machen wo ich mein ganzes meinen ganzen scheiß ma rein Toma ich so schlau bin und das vorher nicht getan habe ich hab gestorben na egal die Sachen waren auch futsch ja genau hier bin ich gestorben verdammt das haben wir auf jeden Fall hier ich bin hier hab hier gegraben und dann hat es geruckelt und dann rein da und da kam ich nicht so schnell wieder raus ja toll ich wollte grad eigentlich mit dem Wasser einmal zu machen aber egal hast du Fackeln? nein ja ich hab die Diamanten gefunden warte 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 geh da weg ja gut ich wollte mit dem Wasser einmal machen es bringt nicht viel weil da drunter hast du ja jetzt weiß ich nämlich nicht ob da drunter auch alles nämlich wahrscheinlich ne ja weil geh mal geh mal weg da ich mach hier ein Wasserei mal dabei bauen wir ab weil dann müsste das eigentlich klappen dann bau du die ab sind vier Stück gut ne ne jetzt hab ich Angst Mist ich geh jetzt da hinten hin gib mir mal bei dem Wasserei mehr waren das schon ne waren es nicht oder? was? es waren nicht grad schon die Diamanten hey hier sind noch mehr ach ne ich baue da grad äh ganz drum da sind erfahrung ähm und bei mir steht grad erfahrung Diamanten ich hab vier warte 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 jetzt mach ich den Wassereimer hin ja ich hab die vier oberen erst abgebaut so hab ich ich hab ihn hab ihn so warte ich geb dir die warte ich das connect mal eben kurz wieder weil es wieder gechunked hat so weil ich geh jetzt gib mir mal den Wassereimer dann gehst du nach oben und ich geh da hinten weiter und bei mir ist nicht so schlimm ich hab fast gar nichts im Inventar außer ein bisschen Holz ja ich bring dich schon mal nach Hause ja ich hab uns ja immer eine gute Treppe gebaut guck mal da hinten ist noch Gold oh da da ja ich geh jetzt hier eh einmal rüber ups ah Redstone was da ist oh Redstone hatte ich auch ganz viel im Inventar na egal ja Redstone war auch nicht so mega wichtig noch geht ja oh Gold ja sag ich doch den Gold meinte ich da ja ey das war knapp blum 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 Alter hat es schon Fehler so jetzt gut ich nehme noch ein bisschen Eisen mit ok gut jetzt geh ich erstmal hoch und sicher alles hast du hier eigentlich eine Spitzhacke gemacht gehabt ja natürlich ok weil ich habe vergessen dir eine zu geben ich habe noch drei also meine gebrauchte die jeden Moment kaputt ist und dann habe ich noch drei mal du schaffst es auch immer wieder zum Glück hast du mir die Diamanten gegeben ja das war ey super jetzt hast du zwei Wassereimer wie schaffst du das immer sah aus Versehen ich bin schon äh ich bin irgendwie keine Ahnung dann mach jetzt zwei neue Wassereimer nächstes mal kriegst du meinen nicht du verlierst ja immer alles in die Lava du springst immer extra in die Lava rein nein naja vielleicht nicht extra aber du springst in die Lava rein so ich nehme jetzt nur ein Wassereimer mit Feisters das kommt wenn man Diamanten geil wird ja du bist auf alles geil ich habe ehrlich ich habe gerade schon wieder Diamanten durch den Changfail gesehen ja da musst du dich doch gar nicht gerade hin bauen oder so jetzt kann ich dich auf jeden Fall als Spieler sehen das ist gut und die Monster wo Monster sind kann ich jetzt auch immer sehen so ich lasse jetzt mal alles hier außer eine Spitzhacke und Neimer so ich lade hier auch mal ein bisschen mehr ab und dann gehe ich mal rein und probiere die Diamanten noch zu kriegen so warte ich mache mir noch ganz schnell einen Eimer und dann komme ich weil sonst du verkackst das eh wieder ich habe schon einen Eimer ja und du hast schon zwei verloren innerhalb von fünf Minuten ne einen den anderen hatte ich gar nicht bei mir der liegt in der Kiste hä? nein ich habe dir doch einen gegeben dann bist du in Lava gesprungen dann habe ich dir eben meinen gegeben ja den habe ich kaputt aber sonst keinen natürlich davor als du abgekackt bist du als du Diamantengeil warst und die finden wolltest da hatte ich keinen dabei da habe ich dir den hingeworfen da hattest du den dabei müsstest du zumindest ich habe den direkt vor deine Füße geworfen und du hast ihn auch aufgenommen Alter dir vertraue ich in Höhe nie wieder und wenn du irgendwas wertvolles findest gib sofort mir weil du verkackst ja eh alles du kackst alle paar Sekunden ab jetzt bin ich ehrlich wie schaffst du das so oft abzukopfen? frag mich nicht woher soll ich dir das antworten können? äh du machst es wenn ich das wüsste dann ja ne oh noch mehr Diamanten ja und ich bin nämlich auch grad auf der Jagd danach ich bin nämlich hier gesehen aber ich weiß nicht mehr genau wo aber hier müssten welche ich sehe hier welche 3 sehe ich so na das Wasser muss hier weg jetzt kommt fehl noch mal ein bisschen Chunk na nein treib mich doch nicht in die Lava nur einmal einmal noch einmal noch einmal noch jetzt lass ich hier drauf so um ich muss immer noch ein Stück höher wieder so jetzt nicht hier schnell nochmal hä? so so hier Diamanten genau deswegen weißt du jetzt warum ich dir nicht mehr vertraue? ja ich weiß aber wenn man über ich kann das halt wenn ich über Lava stehe also wenn ich da bin aber griffst du dich immer gerade nach unten oder was machst du für eine scheiße? das war wieder geruckelt quasi hätte ich auch gesagt ja nur dann springt man doch nicht in Lava rein wenn es ruckelt bleibt man stehen und springt nicht noch hinterher ich bin ich bin grad wohl ich hab grad einen Block gesetzt wollte ich und ich hab aus Versehen daneben geklickt ja ja du bist einfach nur zu inkompetent gibst du ich bin gar nicht natürlich du bist zu inkompetent um in der Höhle zu überleben du kackst immer ab ich hätte überlebt wenn ich jetzt hier nicht äh die ganze Zeit äh so ja einfach so wäre kann auch überleben in der Höhle aber ich hab da grad irgendwie heute keine Lust zu na hätte ich auch gesagt ja ist so uah bist du eigentlich so jetzt sie Lava wegmachen hier ich hab grad ein paar Diamanten warte ich hab 5 Diamanten abgesahnt schon wieder ja und guck da hinten hatte ich noch welche gesehen und da bin ich in in die Lava reingedügelt zweimal aus Versehen du rennst auch hier ein Redstone what the fuck oh Diamant ich hab's überlebt ich bin nicht so wie du wo hast du den Diamant gefunden hier du bist vorbeigerannt oh toll warte da drunter ist glaube ich nicht doch ne nicht genau da drunter aber daneben ich hab keine Kobolds mehr also ich hab überhaupt nichts mehr ah so habt ihr Diamanten ich hab sie jetzt sieben die Diamanten uh was hier fällt der Tunk wieder mal gleich mal so passt gar nichts mehr dabei ich hab nur noch einen Redstone und 13 Erde Wartier Nein da hinten Maaah bin doch grad gesehen ich blöd ja du bist blöd ich hab den ehrlich wo ist denn der ah ich bin drüber gelatscht was jemand oder was du gibst ihn aber gleich mir sonst verlierst du wieder alles gelatscht und hier ist obsidian glaube ich du kommst du mal hier runter gleich gleich so ich hab komm noch fackeln noch 13 fackeln hab ich ich würde aber da würde ich da wirst du auch nicht überleben das kann ich dir so sagen mit den diamanten was ist ich sehe doch nichts das ist das ist richtig ja daneben so sieht ja mann ja daneben die diamanten das ist richtig tückisch weil er von allen seiten überall da war ist musst du richtig aufpassen wenn du einmal irgendwo wo sind diamanten kommt die meisten schon warte ich hab das gerade im trunk wieder gesehen hier waren die irgendwo die man da weg von den drei blöcken würde ich mal so hatte ich es fällt hier gerade schon wieder der schank ein paar mal kann ich vielleicht doch noch was sehen irgendwo hier müssten noch diamanten sein genau daneben oder weiter unten weiter unten noch ein stück unter dem obsidian daneben müssten hat er wie soll man das könnte so ich nehme mal die koppel hallo chan kannst du jetzt noch mal erroren bitte auf auf noch mal erroren los chan noch weiter unten oder sagen hier war das pass aber auf hier unter das lava das habe ich gerade im chunk gesehen geht er weg ja warte ja wäre das was auch nicht gewesen wärst du tot so jetzt hier da hinten sind auch noch ganz viele höhlen mit dings mit mit lava hier ist überall alles voll mit lava ehrlich ringsrum wir sollen hier die mannten sein ich habe da unten gerade welche gesehen hier wahrscheinlich noch ein stück da unten mal sagen hier aber das problem ist das lava auch noch drunter